So, neben mir Matthias Stolz. Matthias, wie fühlst du dich heute? Ihr habt ja versucht, sowohl Van der Bellen als auch Grieß zu unterstützen. Ja gut, ich glaube, es ist offensichtlich, dass das Land Veränderung will. Das Land braucht einen Aufbruch. Und 18% für Frau Grieß, das ist absolut beeindruckend, was sie da geschafft hat. Meine Gratulation den Wählerinnen und Wählern. Und unsere zweite Präferenz war da Van der Bellen. Ja, wir werden ihn unterstützen jetzt in der Stichwahl natürlich. Okay, einerseits Van der Bellen ist jetzt weiter. Wäre die Grieß für dich auch jemand, den du gerne in deinem Team hättest? Ich meine, dass sie absolut beeindruckend ist in dem, was sie geschafft hat, das ist außer Frage. Dass wir laufend im Austausch sind, das ist bekannt. Und den werden wir nächste Woche fortsetzen. Und alles andere wäre zu früh, es jetzt einzutüten. Wie siehst du das Ergebnis mit Hofer? Ja, ist natürlich schon beachtlich. Dieser Vorsprung, den haben wir alle nicht erwartet. Ja, es ist so, wie es ist. Also Österreich will eine Veränderung. Und die Frage ist, welche Veränderungskonzepte liegen nun am Tisch? Ich glaube, dass Österreich gut aufgehoben ist in einem vereinten Europa, auch wenn es in der EU derzeit kriselt und wenn es nicht gut läuft. Aber die Perspektive, sind wir Teil eines Einigungsprojekts oder sind wir nationaler Schrebergarten mit Stracheldrahtzaun? Da habe ich klare Präferenz für die europäische Karte. Da sind wir uns einmal einig. Eine Frage noch, wie siehst du eigentlich die aktuelle Situation jetzt am Brenner? Also die tagesaktuelle kann ich nicht einschätzen. Ich habe auch noch nichts. Da habe ich keine Informationen. Man wird sehen, wie es sich entwickelt, dass man ein Grenzmanagement braucht. Wenn große Zuströme kommen, das sehe ich auch. Ich bin nicht der Fan der großen Zäune, sondern geordnete Abwicklungen. Und Priorität hätte aber natürlich eine europäische Lösung. Also wenn wir hier Verantwortung hätten in Regierungen, dann wäre es dazu gar nicht gekommen. Weil wir hätten mit einem Schengen 2.0 Konzept die Schengengrenze hier so ausgestaltet, dass wir an der Außengrenze Aufnahmezentren haben, die wir gemeinsam betreiben, gemeinsam finanzieren und dann auch gemeinsam verteilen. Wer bei den drei Regeln mitmacht, der kann dabei sein und die anderen werden nicht dabei sein. Das heißt, ich bin für Vertiefung von Schengen und wenn notwendig Verkleinerung. So, das war unser Gespräch mit Matthias Strolz. Schönen Sonntag noch. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.